Nehmen wir an. Alles für Kleeboote? Ich schau mich gerade, ob ihm das weh tut. Wenn er das so macht, er heult dabei. Er will, glaube ich, irgendwas, ist das so ein Schrei vielleicht? Ich muss irgendwie jemandem das mitteilen. Wenn er grüßt ihn Wolf. Achso, ne, glaube ich nicht. Jetzt befummelt er sich ja schon wieder. Er leckt sich und so. Aber sein... Gutes wollen wir uns zu antworten? Das wollen wir uns doch nicht angewöhnen, Gutes, oder? Gutes, willst du, dass ich das bei YouTube rein stelle? Musst du nur sagen. Als gescheuerster Hund... Hallo! Ohhhh... Ohhhh... Ahhhh... Alter Wolf... Ohhhhh... Stuhlbrüte? Hm? Ist wieder gut? Er zittert aber nicht dabei oder so. Ich glaube, er will einfach nur aufmerksamkeit irgendwie... Hast recht. Rumpfschreie. Ja. 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 Ja.